Der 5 Uhr Club Robin Schama Gestalte deinen Morgen und in deinem Leben wird alles möglich. Natürlich, hier ist eine Umschreibung des Textes. Die transformative Kraft einer simpeln Morgenroutine. Bild dir ein, eine einzige Änderung in deinem Leben könnte dein volles Potenzial entfesseln, sei es, um endlich den Schritt zu wagen, dein Buch zu schreiben, ein Unternehmen zu gründen oder dein Talent als Konzertpianistin zu entfalten. Welche wäre das wohl? Robin Schama, Coach und Unternehmensberater, kennt das Geheimnis, einfach jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen. Wie diese neue Gewohnheit dein Leben verändern kann, erläutere ich in den nächsten 15 Minuten anhand einer fiktiven Geschichte, die die Begegnung einer deprimierten Unternehmerin, eines frustrierten Künstlers und eines geheimnisvollen Milliarders schildert. Lass dich auf diese Reise ein. Bist du bereit? Also, es war einmal. Das größte Geheimnis zum Erfolg. Es gab einmal eine Unternehmerin. Als Studentin hatte sie ein Unternehmen gegründet, das sie im Laufe der Jahre zum Marktführer gemacht hatte. Doch nun stand sie kurz davor, von ihren machthaumrigen Kollegen ausgestoßen zu werden. Frustriert und enttäuscht stand sie an einem Wendepunkt. Inmitten dieser Lebenskrise erhielt sie von ihrer Mutter eine Eintrittskarte für den Vortrag eines Selbstverbesserungsgurus. Sie beschloss, hinzugehen. Was hatte sie schon zu verlieren? Sie sehnte sich nach Inspiration und einem Zeichen, dass es sich lohnte, weiterzumachen. Am Tag des Vortrags setzte sich ein Künstler zu ihr. Auch er hoffte auf eine Art Erleuchtung. Er besaß Talent, doch seine Gemälde verkauften sich schlecht, und er zweifelte an der Relevanz seiner Kunst für die Welt. Nach dem Vortrag sprach sie ein Mann an, der sich in zerschlissenen Kleidern präsentierte. Überraschend selbstsicher gestand er ihnen, dass er in Wahrheit ein milliardenschwerer Geschäftsmann war. Sein heruntergekommener Look war bloß eine Gewohnheit, um sich daran zu erinnern, dass Geld nicht alles im Leben war, obwohl er damit ein Vermögen gemacht hatte. Und das alles dank des Gurus. Der Guru hatte ihm das größte Geheimnis zum Erfolg verraten, eine erstklassige Morgenroutine. Da der Milliardär großzügig war, machte er der Unternehmerin und dem Künstler ein einmaliges Angebot, er würde ihnen zeigen, wie genau diese tägliche Routine funktioniert, und zwar in seinem Strandhaus auf Mauritius. Alles, was sie tun mussten, war, sich am nächsten Morgen um 5 Uhr mit ihm zu treffen. Man kann sich vorstellen, wie verblüfft die beiden waren, neugierig und gleichzeitig skeptisch. Doch sie entschieden sich, das Angebot anzunehmen. Am nächsten Morgen, pünktlich um 5 Uhr, wurden sie in einem glänzenden Rolls-Royce zu einem Flugzeughangar gefahren. Darin wartete ein elfenbeinfarbener Privatjet mit einem glänzenden Logo, 5AC. Natürlich, hier ist eine Umschreibung des Abschnitts. Um 5 Uhr morgens kannst du in eine tiefe Flow-Erfahrung eintauchen, ungestört und fokussiert. 5AC stand für der 5 Uhr-Club. Während sie noch im Flugzeug saßen, erzählte der Milliardär den beiden, wie er einst damit begonnen hatte, konsequent um exakt 5 Uhr aufzustehen, und wie diese Gewohnheit sein Leben revolutioniert hatte. Sie war der Schlüssel, der ihn aus der Mittelmäßigkeit herausführte und ihm ein außergewöhnliches Leben ermöglichte. Diese Routine hatte seine Kreativität beflügelt, seine Energie vervielfacht und seine Produktivität verdreifacht. Wie war das möglich? Die Ruhe und Abgeschiedenheit der frühen Morgenstunden haben eine exponentielle Auswirkung auf unsere Leistungsfähigkeit. Jeder von uns verfügt täglich über begrenzte kognitive Ressourcen. Im Laufe des Tages müssen wir diese Ressourcen für immer mehr Aufgaben verwenden, Arbeit, zwischenmenschliche Interaktionen und zunehmend auch für die Nutzung sozialer Medien. Sobald die Umwelt um uns herum erwacht, müssen wir unsere wertvolle Aufmerksamkeit auf eine Vielzahl von Reizen lenken. Dadurch fällt es uns oft schon mittags schwer, uns auf irgendetwas zu konzentrieren. Das ist der Grund, warum ein früher Start so wertvoll ist. Du kannst deine ungeteilte Aufmerksamkeit auf das lenken, was dir wirklich wichtig ist. Diese exklusive Fokussierung erlaubt es dir, in einen Zustand des Flows einzutauchen. Das ist ein Bewusstseinszustand, in dem der präfrontale Kortex deines Gehirns vorübergehend stillsteht und damit auch dein Drang zu analysieren, zu planen, zu stressen und sich Sorgen zu machen. Gleichzeitig sorgen die friedliche Stille des Tagesanbruchs und die erhöhte Ausschüttung von Dopamin und Serotonin dafür, dass dein Nervensystem angeregt wird. All dies versetzt dich in einen natürlichen Fluss, du fühlst dich erfrischt und fokussiert, und deine kreative Energie kann frei fließen. Diese Floherfahrung befähigt Menschen zu Höchstleistungen, von Künstlern und Musikern über Wissenschaftler und Spitzensportler bis hin zu Ärzten und Managern. Und falls das nicht schon genug Motivation ist, nur die obersten 5% der Spitzenleister halten an dieser Routine fest. Die übrigen 95% haben keine Lust, so früh aufzustehen. Dadurch hättest du automatisch einen Wettbewerbsvorteil. Doch der Milliardär sprach nicht nur von Erfolg. Er sprach von Weltklasse. Von der Veränderung der Welt und dem Schreiben von Geschichte. Doch wie sollte das genau gelingen? Natürlich, hier ist eine Umschreibung des Abschnitts. Vier Fokuspunkte für jene, die Geschichte schreiben. An einem strahlend hellen Morgen am Strand von Mauritius versammelten sich die Unternehmerin, der Künstler und der Milliardär. Vor ihnen schwamm ein lebhafter, schwarmfarbenprächtiger Tropenfische im kristallklaren Wasser. In dieser idyllischen Kulisse erzählte der Milliardär von den vier Aspekten, auf die sich Menschen konzentrieren sollten, wenn sie dazu bestimmt sind, Geschichte zu schreiben. Erstens, nutze deine vorhandenen Fähigkeiten. Menschen, die Geschichte schreiben, werden nicht nur durch ihr Talent definiert, sondern durch ihre Fähigkeit, es voll auszuschöpfen. Selbstkontrolle und Beharrlichkeit sind beim Streben nach Erfolg wichtiger als bloße Begabung. Verschwinde also keine Zeit damit, dich über das zu sorgen, was dir fehlt, sondern maximiere das Potenzial dessen, was du bereits besitzt. Zweitens, lass dich nicht ablenken. Wir verlieren uns oft in verlockenden, aber letztlich bedeutungslosen Medien und Inhalten. Möchtest du herausragen? Setze klare Prioritäten. Fokussiere dich auf einige außergewöhnliche Projekte anstelle von vielen Guten. Befreie dich von allem, was deinen Fokus trübt. Schalte die Benachrichtigungen auf deinem Smartphone aus. Sage Meetings ab, die nicht essentiell sind. Widme jeden Morgen eine Stunde deiner kostbaren Zeit dem, was wirklich zählt, indem du dem 5-Uhr-Club beitrittst. Drittens, erkenne die Macht des kontinuierlichen Verbesserns, kleiner, täglicher und scheinbar unbedeutender Fortschritte. Stell dir vor, du verbessert dich jeden Tag nur um ein Prozent in einem bestimmten Bereich. Das scheint doch machbar, oder? Innerhalb eines Jahres würdest du dich um erstaunliche 365 Prozent verbessern. Und viertens und abschließend, werde zur Meisterin deines Fachs. Laut dem Psychologen Anders Ericsson erfordert es mindestens 10 Jahre mit einer täglichen Investition von mindestens 2,75 Stunden, um die ersten Anzeichen wahrer Meisterschaft in einer Fähigkeit zu zeigen. Möchtest du Meisterin deines Lebens werden? Beginne den Tag mit einer Stunde, die du in dich selbst investierst. In deiner Einstellung gegenüber Gesundheit, Spiritualität und Liebe. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Unternehmerin und der Künstler eine klarere Vorstellung davon, was wahre Spitzenleistungen ermöglicht. Da verkündete der Milliardär, dass sie bereit seien für die nächste Stufe der Selbstoptimierung. Selbstverständlich, hier ist eine Umschreibung des Abschnitts. Dein Mindset ist nur eines von vier inneren Reichen, die du pflegen solltest, erklärte der Milliardär, während er mit seinen Schülern den weißen Sandstrand entlang spazierte. Wie oft hatten sie Motivationsredner gehört, die betonten, wie wichtig es sei, lediglich das Mindset zu ändern, die Geisteshaltung. Immer wieder hieß es, denke positiv und dein Leben wird sich wie von selbst ändern. Jedoch, so sprach der Milliardär weiter, während er mit seinen Schülern sprach, hätten diese Redner verpasst zu erwähnen, dass das Mindset nur eines von vier Bereichen der inneren Einstellung sei. Nach seiner Überzeugung müssten sie insgesamt vier innere Reiche kultivieren, um ihr Leben zu transformieren, ihr Mindset, ihr Heartset, ihr Hellset und ihr Soulset. Dein Heartset betrifft dein emotionales Wohlbefinden. Selbst mit dem stärksten Mindset könntest du keine Spitzenleistungen erbringen, wenn deine emotionalen Zustände unausgeglichen sind. Wie Sigmund Freud sagte, nicht geäußerte Gefühle sterben nie, sie werden lebendig begraben und kommen in unangenehmer Weise wieder zum Vorschein. Daher ist dein Heartset genauso bedeutsam wie die anderen drei inneren Reiche. Dein Hellset betrifft deine körperliche Gesundheit. Selbst wenn du ein Geschäftsmagnat sein möchtest, nützt es wenig, wenn du krank oder gar tot bist. Daher ist es wichtig, frühzeitig die Grundlagen für ein langes und gesundes Leben zu legen. Achte auf eine gesunde Ernährung, lebe gesund und kümmere dich um deine Fitness. Sport und Bewegung geben dir zusätzliche Energie, regulieren Stress und fördern Glücksgefühle. Das vierte und letzte innere Reich ist das Soulset und bezieht sich auf deine Spiritualität. Es geht nicht um Esoterik, Mystik oder Vodo, sondern um deine Verbindung zu deinem wahren Selbst, deiner Seele. In der modernen Welt liegt der Fokus zunehmend auf dem Äußeren, dem Materiellen und Oberflächlichen. Daher ist es wichtig, sich in der goldenen Stunde zwischen 5 und 6 Uhr morgens Zeit für sich selbst zu nehmen. Wer bist du wirklich? Was ist dir wichtig? Was kannst du der Welt geben? Dein Soulset hilft dir, die beste Version deiner selbst zu sein. Mit diesen Erkenntnissen waren sie nun bereit für die praktische Umsetzung seiner Ratschläge, die sogenannte 20-20-20-Formel. Diese sollte jedoch nicht auf Mauritius, sondern in der inspirierenden Atmosphäre der ewigen Stadt stattfinden. Ihre nächste Station hieß Rom. Mit der 20-20-20-20-Formel machst du das Beste aus deiner frühen Stunde. Da standen sie nun, um 5 Uhr morgens, am Fuße der spanischen Treppe in Rom und ließen die Aura der historischen Architektur auf sich wirken. Es war an der Zeit, so der Milliardär, dass die Unternehmerin und der Künstler erfuhren, wie sie endgültig Teil des 5-Uhr-Clubs wurden. Es reicht nicht, um 5 Uhr aufzustehen. Man kann diese wertvolle Stunde schließlich auch mit Textnachrichten und sozialen Medien vergeuden. Aber das optimiert gar nichts. Den wahren Unterschied macht die 20-20-20-Formel. Du musst dich 20 Minuten bewegen, 20 Minuten lang reflektieren und 20 Minuten lang lernen. Nutze die Zeit von 5 bis 5 Uhr und 20 Minuten für ein strammes Workout. Du sollst nämlich ins Schwitzen kommen. Warum? Weil Schwitzen hilft, das Angst- und Stresshormon Cortisol abzubauen. Und es fördert die Ausschüttung des Proteins BDNF, das vorhandene Gehirnzellen repariert und die Bildung neuer Synapsen stimuliert. Diese 20-Minuten-Bewegung bringen also auch deinen Kopf in Schwung. Der Slowt von 5, 20 bis 5 Uhr und 40 Minuten gehört der stillen und friedlichen Reflexion. Der Tag ist noch nicht losgegangen. Alles ist noch unbeschrieben und unkompliziert. Nutze diesen Moment und besinne dich auf das, was dir wirklich wichtig ist. Du wirst erstaunt sein, was ohne die üblichen Reize und Ablenkungen des Tages an Träumen und Ideen in dir aufkommt. Schreibe diese Eingebungen auf. Halte schriftlich fest, was du dir wünschst, wofür du dankbar bist und was dich enttäuscht oder herausfordert. Das hilft dir, deine wahren Bedürfnisse zu erkennen und dich von negativen Energien freizumachen. In den letzten 20 Minuten deiner ersten Stunde geht es ums Lernen. Befasse dich mit den Biografien erfolgreicher und herausragender Persönlichkeiten. Beschäftige dich mit psychologischen Themen oder mit Lernstrategien. Sieh dir Dokus über Innovation an oder höre Podcasts und Hörbücher über Unternehmensentwicklung. Die Milliardäre dieser Welt haben eine weitere Sache gemeinsam, sie lieben es, zu lernen. Und da hast du's. So sieht die perfekte Morgenroutine aus. So machst du das Beste aus deiner goldenen Stunde und wirst endgültig Mitglied im 5-Uhr-Club. Natürlich, hier ist eine Umschreibung des Abschnitts. In den frühen Morgenstunden, als das Leben in Rom erwachte, begaben sich der Milliardär, die Unternehmerin und der Künstler in die Katakomben der Stadt, ein Labyrinth aus dunkeln, staubigen Tunneln, die einst von den alten Römern als Begräbnisstätten genutzt wurden. Der Künstler fragte neugierig nach dem Grund für diesen Ausflug. Der Milliardär wies darauf hin, dass sie von zahllosen Seelen umgeben waren, die seit Jahrhunderten dort ruhten. Dies sei der ideale Ort, um über die Bedeutung des Schlafes zu sprechen. Moderne Forschung unterstreicht die entscheidende Rolle des Schlafs für unsere Gesundheit. Deshalb sei die letzte Stunde des Tages fast genauso wichtig wie die erste. Viele Menschen verbringen ihre Zeit vor dem Zubettgehen vor Bildschirmen. Studien belegen jedoch, dass das blaue Licht von Bildschirmen die Ausschüttung von Melatonin blockiert, jenem Hormon, das den Tag-Nacht-Rhythmus des Körpers reguliert und den Schlaf einleitet. Kurz gesagt, wer vor dem Schlafengehen Bildschirme nutzt, schläft schlechter. Daher sei es ratsam, ab spätestens 20 Uhr auf Bildschirme zu verzichten. Nutze diese Zeit lieber für gemeinsame Momente mit deinen Liebsten, für Meditation, ein entspannendes Bad oder ein gutes Buch. Gehe spätestens um 22 Uhr schlafen, um um 5 Uhr morgens ausgeruht zu sein. Der Milliardär erläuterte dann die zweite Säule nachhaltiger Gesundheit, den Doppelzyklus der Spitzenleistung. Die Spitzenleister der Welt finden ein Gleichgewicht zwischen intensiven Phasen hoher Leistung und Phasen tiefer Erholung, in denen sie sich entspannen und Freude haben. Diese Erholungsphasen sind genauso wichtig für persönliches Wachstum wie die Phasen der Höchstleistung. Ein anschauliches Bild hierfür bietet die Landwirtschaft, es gibt intensive Phasen, in denen Felder bearbeitet und gepflanzt werden. Doch dazwischen gibt es auch Zeiten, in denen die Felder brachliegen, um sich zu regenerieren und neue Nährstoffe aufzunehmen. Letztlich sind es diese Ruhephasen, die über die Qualität der Ernte entscheiden. Es mag ungewöhnlich klingen, aber viele Menschen haben Schwierigkeiten mit den Erholungsphasen im Doppelzyklus. Die Unternehmerin etwa fühlte sich schlecht, wenn sie nicht unablässig arbeitete. Doch die Balance ist entscheidend. Daher sei es wichtig, sich Zeit für Erholung und Freude zu nehmen. Immer im Bewusstsein behalten, diese Regeneration ist ein essenzieller Bestandteil von Spitzenleistungen. Natürlich, hier ist eine Umschreibung des Abschnitts. Die frühen Morgenstunden haben das Potenzial, dein Leben zu revolutionieren. Strebst du nach großen Zielen? Möchtest du deine Träume in die Realität umsetzen? Dann investiere in deine kostbarste Ressource, in dich selbst. Nutze diese Zeit, in der du ungestört bist und in einen produktiven sowie transformierenden Flohzustand eintauchen kannst, um 5 Uhr morgens. Falls dir das frühe Aufstehen schwerfällt, hat der Autor zwei kleine Tipps parat. Erstens, besorge dir einen analogen Wecker. Vermeide die Nutzung deines Smartphones oder anderer digitaler Geräte und setze auf einen herkömmlichen Wecker. Zweitens, stelle die Uhrzeit um eine halbe Stunde vor und platziere den Alarm auf 5 Uhr und 30 Minuten. Wenn der Wecker dann klingelt und du aufwachst, um 5 Uhr und 30 Minuten anzeigt, ist es in Wahrheit erst 5 Uhr. Doch ein verschlafener Teil deines Bewusstseins denkt, du bist bereits spät dran. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du direkt aufstehst, anstatt weiter zu schlummern. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du direkt aufstehst, anstatt weiter zu schlummern. Dazu kommt die Wahrscheinlichkeit, dass du direkt aufstehst wohnst, anstatt weiter zu schlummern. Das wars